Die Parade wird eröffnet vom Gewicht der beiden Bruderschaften für die St. Barbara Bruderschaft, Major Thomas Haus, Major Artisan Stefan Hamacher, General Wilfried Rippegastin, dem ein besonderer Dossier, der hat die Bruderschaft als König in den letzten drei Jahren repräsentiert und den Generalattigant Herr Schmitz, König, St. Maria, Bundesamtvorschaft, Major Felix Roth, General Dennis Schutgeratz. Es folgt der Stolz der Bruderschaft, die Fahne, in diesem Jahr getragen von Jürgen Brachter, hier zur Seite steht die Fahnenadjudant von Markus Hamacher, Stefan Hitler. Markus Hamacher wird heute vertreten von Karl Schmitz, der Königadjudant ist, Eingeführt von Hauptmann Florian Siegers, die Hornstadt-Engelbeck mit dem Jüngerzug St. Barbara, Zugkönig Hans Aufergeld, Schließ-Affin Jessen, die Roth-Nussale, Eingeführt von Zugführer Jürgen Harriks, Zugkönig Achik Jülich, Standantenträger Markus Flöter. Die Alte Wache, Eingeführt von Hauptmann Hans Peter, Zugkönig Kurt Tyson. Es folgen die Klosterburschen, mit Zugkönig Lukas Leuer, der allen bekannt ist als Kindergarten, als übrigens der bisherigen Session. Es folgen die Klosterbids, beide Jugendabteilungen suchen nach Versterbung, Kinder können sich gerne bei uns wählen. Mein Zug, der Eber zu Kadali, Eingeführt von unserem Hauptmann Frank Hages, Zugkönig Dimm-Lauterbach, Spieß Mario Völlen. Die Hornstadt-Nusser-Schum, Zugführer Markus Seindracks, Zugkönig Uwe Völlen. Der erste Jägerzug, 1972, Zugführer Rolf Müller, Zugkönig Peter Pfannenbrand, Spieß Dirk Knorr. Die 18er Garde, mit Zugkönig Dirk Brockers. Die Hornstadt-Gammt mit dem Zugführer Alexander Vettels, mit seinem Marinezug, Zugkönig Dirk Brüggeln, Spieß Stefan Weber. Die Fliebner Bergaufbrücke, Zugführer Dirk Wittski, Zugkönig Thomas Spitz. Die Fliebner Bergaufbrücke, Zugkönig Dirk Wittski, Die Heio-Piles, Zugführer Mauer der Post, Zugkönig Thomas Thomas, Standartenträger, unser Ehrenpräsident, David Saldin. Herzlich Willkommen. Die Heio-Piles, Zugkönig Dirk Wittski, 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 Wir begrüßen liebe Gäste aus Herz auf den Zug aus allen Ecken, angeführt von unserem letztjährigen General ici. Der erste Zug ist der Zugführer Jörg Leuen, Zugführer Frank Leuen, Schmiesgern Klaus. Die Königswache, Hauptmann Kassenbieters, Zugführer Andreas Lensen. Die Königswache, Spieß Frank Heinrichs, die Eschebrübel. Dieses Jahr zum ersten Mal bei uns sind aus der Junggesellenbruderschaft gekommen. Zugführer Daniel Wunderlich, Zugkönig Töckofillitz, Spieß Sascha Döhmen. Die Klosterwache, Zugführer Maxel Bessel, Zugkönig Stuttmann Pflanzer, Spieß, Stefan Bockmüller. Zugabschluss der Beratung von der Jägersucht Kühn, Zugführer Rube Tomek, Zugkönig Roland Böder. Nochmals bitte ein besonderer Applaus für den Stambo-Kolikrat und die Glaskapelle PSP, die wir in diesem langen Hochstand gespielt haben. Dankeschön. Dankeschön. Applaus Applaus Ja, auch von mir noch einen schönen guten Tag zusammen. Für Ihre Ehren sieht auch das Trommelfor-Enterwerb unter der Leitung des diesjährigen Tambormajores Tim Heikens, die musikalische Leiter von Thomas Zimberg. Ihnen folgt die Blasmusik, die Holzermusik unter der Leitung von Walter Melle. Die Dizierke reite Reine der Sagmarier-Jugend-Gesellen-Bruderschaft. Major Felix Roth, General Dennis Schminkert, Leiter ist unser General Obers aufgrund von gesundheitlichen Problemen ausgeschieden. Deshalb freue ich mich, auf die Reine der St. Warno-Kolikrat-Bruderschaft zu sehen. Unser Major Jonas Lauers und General Wilfried Römer. Der Generaladjudant Dion Schmitz und der Majoradjudant Stefan Römer. Ein großes Dankeschön. Der Reine der St. Warno-Kolikrat-Bruderschaft zu sehen. Der Reine der St. Warno-Kolikrat-Bruderschaft. Schönen Dank, dass ihr auch jedes Mal bis abends noch im Zelt mit uns seid und mit uns feiert. Einen großen Dank nochmal an Stammer von Nürnberg. Jetzt kommen wir zum diesjährigen Kirmesvorstand. Dieses Jahr Hauptmann Daniel Rudolf. Ihm folgen die Fahne mit dem Fahnenoberst Kevin Stütze, dem Fahnenhauptmann Karvin Hambach. Stämlich in diesem Jahr Jens Lehne. Der erste Fahnen hat geboten Giovanni Madaloni und der zweite Fahnen hat geboten Sven Schmetz. Unsere Freundin der St. Katharina-Bruderschaft aus Wuschenbrochen. Schön, dass Sie hier sein. Wir sehen unseren ersten Schützenzug. Den Schützenzug Karl Ruhl, Zugführer Markus Volken, Spieß Thomas Ruhschütter, Zugkönig Leon Kampus. Spieß, der König. Zu guter Letzt Dina Werker-Jungels mit ihrem Zugführer Daniel Deuss, dem Spieß Michael Wirtz und Zugkönig Marius Höfge. Spieß, der König. 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 Wir bedanken uns noch mal bei den Fondervollenberg und der Blasensieger durch die Stoffe Giermann. Dies ist am heutigen Tag beim Wettbewerbrecht. Bis zum nächsten Mal.